Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Multiband-Band. Heute gibt es das zweite Spiel von unserer Doppel-Terrana-Quest. Genau, wir müssen uns wieder ein bisschen ranken. Genau, wir spielen immer noch auf dem amerikanischen Server, weil da können wir uns das Terrane ranken, ohne uns einmal mehr zu zerschießen. Wer Anregungen in denen hat, gerne in die Kommentare und dann natürlich das Abo nicht vergessen. Das ist kostenlos und tut nicht weh. Richtig, Abo ist ganz wichtig, es hilft uns. Und wer noch keinen Account hat bei YouTube, bitte einfach einstellen und einfach nur uns abonnieren. Nur uns, kein Anderer. Richtig, nur uns. Niemand anderes. Das ist schon wieder so eine doppel... Jeder hat seine Ramp-Map. Aber du bist halt Terraner und du bist safe. Ja, das stimmt, ja. Aber dieses ist auch einer Terraner. Hm, na gut. Baust du die Kaserne mit einem anderen EPF oder mit dem gleichen da vorne ist. Mit dem gleichen von dem, von dem, von dem, von dem Ding-Sie-Boom-Sie. Geht ja genau auf eigentlich. Ja. Das stelle ich so hin, dass da noch das Upgrade daneben passt. Ja, das mache ich auch meistens. Nicht genügend Mineralien. 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 Und bei 17, oder ne, bei 16 kann man dann die Rappellerie setzen gleich. Die erste. Ja, die kommt schon bei mir. So, das ist schon weiter als ich. Ich bin schon bei 17. Ich bin gleich bei 18. Jetzt bin ich bei 18. Ich jetzt auch. Ja, und jetzt ist einfach nur ein Reaper, Wandelzentrale und drei, äh, zwei, äh, ins Gas hier, oder zwei. Und wir gescoutet. Er geht nicht an meinen WBF, das ist sehr gut. Ja, das ist nicht gut. Das würde mich nämlich stören. Guckt hin, ob ich Exe. Na, so Zeit ich Exe schon auch nicht. Ne, so schnell bist du, wenn du dich auch nicht als Terraner. WBF 1.0 verbrechen kannst. Ich will nicht, was ging was. Reicht nicht für einen Reaper. So, da kommt nicht mehr raus, WBF. Kann auch vergessen. Oh, und eigen erschreckt. Was liegt an? Ja, und jetzt nehme ich gleich die Exe danach. Ich wollte noch, als würde Barak setzen. Dann nehme ich auch die Exe, da soll's... ...mehr WBFs. ...oder mehr Mune, die ich schmeißen kann. Nicht genügend Mineralien. Unsere WBFs werden angegriffen. So, ein First Blood hab ich schonmal. Sehr schön. Und der River geht vor. Genau, dann kommt meiner auch schon. Dann baue ich mal noch Marine dazu. Gehen wir auf einen, oder was? Ja. Was springt dabei aus? So, ich hab schonmal den ersten. Oh ja, viele Marines. Und nicht mit Armut. Ich lenke sie ab. Hast du was bekommen? Einen Marine. Ja, drei Barracks, ne? Vier Barracks wurden all in. Ja, ja. Oh, Panzer. Ja, ja. Wo soll ich irgendwas umlegen? Noch keine Echse. Ich muss nicht gucken, wann die kommen, ne? Ja, jetzt hat er mein Dings geholt hinten an der Echse, also die kommen jetzt noch nicht. Nicht genug des Pin-Gas. Nicht genug des Pin-Gas. Ich hab's, wurde Gas vergessen, ganz schlecht. Ich baue gleich nen Tank. Ich kann kein Tank bauen, ich hab kein Gas. Ja, provo Gas. Ich muss hier noch. Jetzt heran hatten wir so übelstes Gas machen. Oh, ich werd' aufgemacht. Ich komm' bei mir direkt mit Sacling, ganz viele. Hier komm' ich. BBF einsatzbereit. Baut den Panzer auf. Ja. Boah, teigen ja schreckt. Los, 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 Jungs. Jetzt sind sie da bei mir. Kommst du? Ich hab' zwei Marines geschickt, glaub' ich. Die kommen wir hier nicht rein, du hast zu. Ja, Linge? Game-Linge? So, ich hab' oben. Zunehm' nicht. Ich hab' oben. Zunehm' nicht. Oh, los, 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 los. Worauf soll ich Ballern, Sir? Machen wir in die Hölle heiß. Machen wir in die Hölle heiß. Es ist als Traumloch erfasst. Sie schmeckt euch. Worum geht's los? Durchgeladen und selbstsichert. Die Basis unserer Dokumenten werden angegriffen. Sofort. Konkret. Machen wir in die Hölle heiß. Den Tank musst du vorziehen. Kann ich nicht. Sind wir bereit? Oh yeah! Unbedingt! Na. Au, brennt! Machen wir in die Hölle heiß! Sehr schön. Ich hab' nicht viel verloren. Also ich hab' viel verloren, aber nicht zu viel. Ich hab' noch ne Exer. Bei dem war's ein kompletter All-In. Ja. Machen wir in die Hölle heiß! Jetzt geht's los! Hier kann ich nicht bauen! Aber der Zack kann halt nicht noch machen. Der kann mich noch machen, ja. Ich hab' nicht mehr. Aber seine Exer hat er grad erst angeschmissen, ne? Da sind sechs Drohnen dran oder so. Ich hab' grad gescannt. Was riecht? Nur zu! Nee, ich bin glaub' Treu-Kreuzer. Das ist nicht ne'ne tolle Idee. Ganz kaum noch erfahren! Machen wir in die Hölle heiß! Ab die Post! BBF einsatzbereit! Worauf soll ich Falle aufs hören? Äh, ich... Irgendwo wollte ich's nur machen, aber... Da ist schon abgeschmissen! BBF einsatzbereit! Oh, Versorgungsdepots! Ich muss Mule schmeißen, aber ich muss... Raffinerien bauen! Ich bin total befordert! BBF einsatzbereit! Nee, es geht eigentlich. Ab die Post! Was ist das hier? BBF einsatzbereit! So, jetzt kommt der erste Kreuzer, also wird's gebaut. Ich brauche nur noch umzunehmen in der Reihe. Hab' ich nicht. BBF einsatzbereit! Oh, ich hab' manchmal ne Widomain gebaut, ohne Absicht. War mir zu gut. Nur zu! Was nicht passt wird, passt mit der Macht! BBF einsatzbereit! Guck mal, die Drops kommen! Aufgedankt und einsatzbereit! Ja, gegen Drops sind eigentlich, wie du meinst, echt ein schlechter, ne? Naja, das ist voll safe mit, wie du meinst, gegen Drops. Helds ermöglicht Helian Zweck nicht schnell zu transformieren. Ich muss ja Battle Helens! Kann ich machen! Wie die Dinger heißen! So gut wie ein Zerg! So, jetzt muss ich jetzt scannen, ob er schon ne dritte hat, der Zerg? Äh, der Terranor? Nö. Da bauen wir jetzt nur ein Depot hin. Aufgedankt und einsatzbereit! Und mich fast nicht mehr. Ach, bei mir kommt Viecher rein. Da kommen sie nicht. Okay, das heißt, bauen Sensor Tower kann ich nicht. Er kann ich nicht bauen! Hier ist der Tor! BBM bereit! Also kommt dann noch weiter. Naja. Also überall im Panzer bin ich gerade am besten. BBM einsatzbereit! Hast du heute Glück? Na, Hydra ist ohne Ende. Die sind, glaub ich, so schlecht sind die nicht. Jungen. Nicht genügend Mineralien. Machen wir in die Hölle Eis! Nicht genügend Mineralien. Hier ist der Tor! Aha, was nicht passen wird passend gemacht. Wollen wir hier? Wollen wir mich auf jeden Fall ja... Links callern. Schlappen! Juhu! Überrasch! Der neutige weitere geht los! Ja, ja! Hörst du mal? Jetzt komm doch gleich mal ein Go machen. Ich wurde gerade gescannt. Da steht was vor der Tür. Ey, das ist nicht viel. Also wenn sie da mitkommen. Guck mal was ich da schon hab. Na, stimmt. Mach ich! Mineralienfeld. Erschöpft. Worauf soll ich... Wann geht's los? Irgendwo sind sie durchgebrochen. Ist irgendwo Neidas. Hm. Die Frage wo? Nicht bei uns. Nicht bei uns. Mineralienfeld. Erschöpft. Wollen wir vor oder? Ja, dann los. Mineralienfeld. Erschöpft. Ja, da stehen sie auch schon. Was ist das Ziel? Los, los, los! Los, los, los! Da geht's ja einfach drüber, ey. Hast du heute Glück, Penner? Waffe ich fähr fort, mach den Links kaputt. Durchgeladen und entsichert. Ich höre! Worauf soll ich ballern, Sir? Hier ist der Tor! Hier ist der Tor! Bereit machen, Jungs! Oh, den Panzer weg! Hier ist der Tor! Den Panzer! Ich weiß, alles Platz! Mache mir in die Hölle Eis! Ja, Sir! Was ist das? Wann geht's los? Unsere Verbundeten werden angegriffen. Mutha, sind uns! Ja, du hast Tore! Ich weiß! Lauter! Ich höre! Ab! Unsere Verbundeten werden angegriffen. Mache ich! Unsere Verbundeten werden angegriffen. Ich brauche viel mehr, äh... ...Fabriken, ey. Ich hab so viel Minereien. Minereien hab ich hoch genug. Ich hab alles zu viel. Ich nehm jetzt nur ne Echse. Und noch ne Echse. Schmeiß noch ein paar Mule. Warum werde ich ihn geskinnt? Ich könnte vorne ein paar Mule schmeißen zum Reparieren. Reparier, kleine Mule! Reparier! Nicht genug! Nicht genug! Richtig assi Terranus spülen wir jetzt gerade, ne? Ja, ja. Reparieren! Was gibt's? Richtig schön assi! Nur zu! So, hier sieht's gut aus. Das baue ich hier. Ach, zwei Kommandozentralen. Hier hab ich noch ne Fabrik gebaut. Ab die Post! Hier kommen noch ein paar mehr... ...Depots bauen. Die können runter. Drei dreimal noch erforschen. Dann bin ich durch. Oh, ich will nicht spielen. Du machst das? Hm? Ich hab mir noch gar nichts. Ich will mal Gas nehmen. Brauchen wir auch nicht die Idee. Wenn du Minerals brauchst, sag Bescheid. Ich brauch Gas. Das hab ich nicht. Ja, das ist das Problem. Aufgedankt und Einsatzbereit! GG! GG! Naja, Robo und R regelt, ne? Äh, Fabrik und R. Naja. Das war auch immer ne gute Sache. Ein Kombi. Ach, die waren jetzt auch nicht so gut, ne? Nee. Irgendwann würde ich sagen, sehen wir's beim nächsten Mal? Genau, beim nächsten Making Spiel. Bis dahin! Dein Abonnieren nicht vergessen! Genau, tschüss! Tschüss! ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020